Hallo Freuden, Freudinnen, das gibt es ja nicht. In MSM, Mainstream Media, wird es sicher nicht darüber geredet. Und wir sehen in einem Feld, einen Crop Circle, das der Virus, fighting, fighting, auf Deutsch, wie heißt das, kämpfen kann. Ja, das ist Isopropyl-Pentan-Molekül, die wird in einem Feld durch einen Crop Circle gezeichnet. So, wenn jemand genug gemisst ist, wird er sicher versuchen, diese Molekül zu studieren. Ah, entschuldigen Sie mir bitte, mein Deutsch ist wirklich sehr fach, sehr weit gegangen. Es ist schrecklich, so. Es geht so. Mach's gut. Ciao.